... mit guten Waffen. Boah, achschu. Ich muss noch mal nachgucken, wie eigentlich die Reihenfolge der Waffenqualität ist. Ich glaube, blau ist noch mal... Boah, huuuh. Schlechter als grün. Ja, geht mir tief. Oh, shit. Weil ich hätte hier einen Parkour zu werfen. Trotzdem ist das meiste kompletter Müll. Wenn, wenn ich die đây im Parkour geschehen. Ich bin der Haare nicht überall. Aber im Parkour war ich nicht. Ich bin der Haare nicht da. Ich bin der Haare nicht da. Ich bin der Haare nicht. Ich bin der Haare nicht. Aber im Parkour***. Oh, 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 squint and look you up and down, another dead beat with a rusty sword, made you find that scrap of junk, that stuffed carcass, junk, heaps, swamp room, you might want to try a more budget-friendly shop outlet, the finest weapon need, fettest cats deck. Okay, so let's get a job done, careful, demonstration, just, stock already, makes weapons so special, forget that I'm leaving, tell me you're stuck, we have a lot of blue things. Aber ich sehe hier nichts Grünes. Nichts. Gar nichts. Ah. Cartoon, ne? Kann ich dir Dinge verkaufen, die ich nicht mehr kaufe? Nee, nicht der Scheiß hier. Verdammt, wo habe ich den Kram, den ich verkaufen wollte? Hier, Waffen. Komm. Nein, der Laden ist scheiße. Was ist das Zeug, den wir 1.000? Warum sagt das denn keiner? Das ist das Zeug, was wert ist. Okay, 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 ich gehe den Laden noch mal durch. Das ist nichts wert. 1.400? Warum nicht? Ein bisschen Geld einsacken. Mach ich den Laden leer und verkauf es beim nächsten Typen. Ja, mach ich so. Das ist nichtsелич. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 mechanical shop da war ich noch gar nicht drin so mein freund hast du was und wert ja tatsächlich du hast einiges von wert aber unwahrscheinlich dass ich da dran komme ich könnte dich aus quetschen wahrscheinlich würde ich da dran kommen aber das fängt ja richtig gut an das ist ja eine richtig gute wurde der laden gefällt mir das war nicht genau wofür ich die ganze chance brauche aber ich brauche sie oh oh Amen. Oh shit, so viel kann ich jetzt glaube ich nicht mehr mitnehmen. Amen. Ich muss mir langsam abgerühren die ganze Scheiße mitzunehmen, die interessant aussieht. Vor allem das Baumaterial. Das brauche ich gerade nicht wirklich. Aber es bietet sich so schön an. Ja, das ist so schön. Vielen Dank. So, wir haben noch die Polizei. Warum seid ihr alles so langsam? Ach komm, blieb gemein die Polizei. Ihr geht mal alle... Und da... Was habt ihr alles hier? Gar nichts. Oh, so ein paar Steckkriebe. Das sieht jetzt hier nach nichts aus. Gar nichts. Nach ja nicht. Typisch Polizei hat mal wieder nix im Angebot. Nur ein Typ der hier einsam trainiert. Während ihm sein Kumpel zuguckt. Nö, nix. Ah, Slave Trader. Deswegen habe ich das Ding nicht an. Weil die Slave Trader das nicht mögen. Noch kann ich mich nicht mit denen anwägen. Noch nicht. So, erstmal raus von was der Typ überhaupt im Angebot hat. Show me your goods. I like what your goods. Hm. Etwas. Komm, die lasse ich mal liegen. Die Scheiße ist nix wert. Nur gar nix. Das. Und grad will ich kein... Äh... Das ist was wert. Hm... Das und das und das. Hm... Das ist erstmalig. Ne? 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 so den kram habe ich abgeladen abgelutscht so das kannst du einfach die etage ist abgeklappert wenn ich ihn komplett ausnehme könnte ich auch ganze kohle einstreichen die er hat wenn er dann viel hat okay ich habe keine ahnung wo die teure scheiße ist und dann aber auch nicht genau das ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020